Jo Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. In diesem Video werden wir bei meinem alten Handy, und nochmal so Leute, auf meinem alten Handy habe ich mehr Accounts, wir werden auf meinem alten Handy so ein Boxen-Opening machen, wie die meisten wissen, war in den letzten Tagen öfter Megabox gratis im Shop und so weiter. Und das Ganze werden wir auf jeden Fall hier auch machen, und ja Leute, auf jeden Fall dazu kommt auch das Video gratis Brawlboxen, weil heute sind ja gratis Brawlboxen im Shop und wie die meisten wissen, habe ich die letzten Tage immer was hochgeladen, zum Beispiel gratis Megabox-Opening oder sowas, aber in diesem Video werde ich das auch mit den Bigboxen machen, deswegen wird kein extra Video kommen, ich werde das dann einfach alles hier machen. Und Leute, lasst dafür gerne einen fetten Like da, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, Leute. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, hier könnt ihr schon mal mein Screen sehen. Und ich würde sagen, Leute, wir starten auf jeden Fall einfach mal direkt mit dem Opening, auf jeden Fall. Und Leute, einen Moment, ganz kurz, ich mache hier mal ein bisschen den Game Sound an, dass man auch was hier so hört von den Soundeffekten so. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, okay Leute, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall hier und machen jetzt die Gratis-Megabox auf jeden Fall aus. Und wir gucken mal, ob wir was sehen. Leider haben wir nichts gezogen, Leute, ich mache ein bisschen leiser. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall auf den nächsten Account und zwar heißt der Account Leon Leute und auf diesem Account war ich ziemlich lange nicht mehr, deswegen, da werden auf jeden Fall auch sehr viele Sachen gratis, ob wir sein. So, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt. Alter, Leute, ich war es ziemlich am Ende auf diesem Account. So, als erstes öffnen wir die Megabox. Ich glaube, ich hatte sechs, nee, leider hatte ich keine Sechserbleibende. So. Oh, Pinpack. Ich habe es nicht gesehen. Okay. Hier gerade das Münzen. Markenverdoppler. Hallo. Okay. So, jetzt öffnen wir hier auf jeden Fall die Bigbox. Let's go. Was? So viel Coins aus der Bigbox. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall zum nächsten Account. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier beim nächsten Account und Leute, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. So, auf jeden Fall. Wir holen uns hier erstmal die Markenverdoppler und die Münzen ab und jetzt machen wir kurzes PIN-Paket auf. Okay, dann ist das PIN-Paket auf jeden Fall. Wir öffnen jetzt mal als erstes die Bigbox. LOL, Bibi, Alter, wir haben einfach Bibi gezogen. LOL, nice. Sehr, sehr nice, Leute. Okay, jetzt öffnen wir auf jeden Fall nochmal kurz hier die Gratis-Bigbox, Leute. Das gehört eigentlich nicht dazu, aber ja, wir können das einfach mal machen. So, die 5 ist da. Ja, leider, aber trotzdem, wir haben auf jeden Fall Bibi einfach auf den Account gezogen. Ziemlich, ziemlich nice, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum nächsten Account. Ähm, ja, Leute, fragt mich nicht, wieso ich schon einen Account gemacht habe. Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, wir öffnen mal jetzt hier auf jeden Fall dann mal die Brawlbox. Ich weiß nicht, wie lange ich mich mal auf diesen Account. Ja, okay, vor drei Tagen war ich zuletzt hier. So, Gratis-Markenverdoppler. Okay, wir öffnen jetzt mal hier die Bigbox. 3, 2, 1, go. Okay, leider nichts. Okay, wir gehen zum nächsten Account. So, Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt beim nächsten Account. Und ja, Leute, ich bin auf jeden Fall wirklich sehr gespannt. Da haben wir auf jeden Fall auch alles. Also, wir haben da die Mega-Box im Spider. Also, alles, was bis jetzt schon mal da als gratis war. Ja, so, hier nehmen wir auf jeden Fall mal die Münzen. Let's go. Okay, dann ist das ein Paket. Wir öffnen mal die Gratis-Box. Nichts gezogen. Ziehen wir was aus der Mega-Box? Nee, leider nicht. Oder doch? Karl! Nice! Nice is nice, Leute. Wir haben auf jeden Fall noch eine gratis Bigbox. Auf jeden Fall hier bei dem Brawl Pass. Äh, ich würde sagen, wir machen die auch nochmal hier auf. Ja, okay, nichts gezogen. Wir gehen zum nächsten Account, Freunde. So, Leute, wir gehen auf jeden Fall jetzt hier zum nächsten Account. Wir haben noch zwei Accounts dann übrig. Auf jeden Fall. Das Video sollte dann eigentlich... Ja, nice. Okay, wir öffnen mal hier kurz die Big-Box. Okay, let's go. Ähm, als erstes holen wir die Münzen. Magenverdoppler. Okay. Pins für den Sieg. Was ist denn hier für ein Paket? So, okay, jetzt go, Leute. Sehr gespannt. Nee, nichts. Aber vielleicht sehen wir ja was aus der Mega-Box. Ja, auch nicht, egal. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Account. Okay, Leute. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier beim nächsten Account. Aber wir holen erstmal hier die Big-Box ab. Okay. Nichts leider. So, hier erstmal das Pin-Paket. Okay, Leute, sorry. Aber ich bin gerade irgendwie so schnell mit dem Pin-Paket jedes Mal. Aber auf jeden Fall bis jetzt haben wir auch nice Pin-Pakets bekommen. Also Pins, komm. So, jetzt gehen wir zu Big-Box. Jetzt eine Mega-Box, Leute. Vielleicht ziehen wir was. Nee, das ist egal. Das geht ja gar nicht, Leute. Wir haben auf jeden Fall bis jetzt schon mal zwei Brawler gezogen. Jetzt sollte das eigentlich, glaube ich, auch der letzte Account sein. Ja, Leute, das war immer leider der letzte Account. Jetzt aber auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt auf jeden Fall mal. So, let's go, let's go. Ich hoffe, das kann ich euch auch ziemlich lange nicht mehr. LOL, Poco, alter. Nice, aus dem Brawl-Pass. So. Wer war da? Hier ist Pin-Paket. Okay, nice, kann man hier machen. Wir holen mal hier die Münzen ab. Markenverdoppler. Gratis. Box. Nee, nichts. Okay, jetzt die Mega-Box. Ja, auch nichts. Nee, noch den Markenverdoppler. Okay. Ja, ansonsten war es das eigentlich auch. Ja, Leute, das war es eigentlich leider auch mit dem Opening. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Abonniert gerne kostenlos den Kanal. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao. 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 Ciao.